Theodor Koch-Grünberg – Indianermärchen aus Südamerika Die Pfeilketten Aban Gui, der Großvater der Guarayu, hatte zwei Söhne. Eines Tages schoß ein jeder von ihnen einen Pfeil gen Himmel, so daß er fest im Himmelsgewölbe haften blieb. Darauf schoßen sie jeder einen zweiten Pfeil in den ersten, und sofort bis zwei Pfeilketten vom Himmel bis zur Erde reichten. An diesen kletterten sie zum Himmel und blieben dort, verwandelt in Sonne und Mond. Die Pfeilketten Die Pfeilketten